In diesem Minecraft-Tutorial werde ich dir erklären, wie du eine Fabric-Mod für die Minecraft-Version 1.18 installieren kannst. Ich werde als Beispiel-Mod die Backpack-Mod benutzen. Du kannst das Ganze allerdings auch mit jeder anderen Fabric-Mod machen. Um eine Minecraft-Mod für die Version 1.18 zu installieren, startest du erst den Minecraft-Launcher und wählst die Installation aus und klickst dann hier auf Entwicklungs-Version. Hier im Moment gibt es hier Version 1.18 nur als Entwicklungs-Version, du klickst dann einfach auf Spielen. Wenn es die Version 1.18 als ganz normale Version gibt, dann startest du einfach die eben als ganz normale Version sozusagen im Moment. Aber als Entwicklungs-Version, Minecraft damit der Version 1.18 gestartet ist, kannst du auch sofort wieder schließen, startest du einen Browser deiner Wahl. Dann gibst du einfach Minecraft-Fabric ein und klickst dann einfach hier auf Fabric-MC.net, klickst dann auf diesen Button hier in diesem Text und klickst dann hier den linken von beiden Button an und klickst dann auf Behalten. Danach gibst du Minecraft-Bots ein und dann gibt es hier die Seite kursforge.com, da klickst du dann einmal drauf und dann gibt es hier die Minecraft-Mods und hier klickst du auf alle Versionen und wählst dann eben 1.18 aus. Ich werde jetzt hier 1.18 Snapshots auswählen und dann gibt es hier die ganz, ganz vielen Minecraft-Mods für die Version 1.18. Du klickst dann einfach richtig auf die Fabric-API und öffnest die einfach in einem neuen Tab und ich werde hier die simple Backpack-Mod noch für Fabric herunterladen. Dann klicke ich einfach hier auf Dateien bei Fabric-API und werde dann eben hier das neueste auswählen, den neuesten Minecraft 1.18 Snapshots, klicke dann hier auf Herunterladen. Und auf dieser Seite musst du nichts machen, die Fabric-API wird automatisch heruntergeladen. Ich klicke dann wieder auf Behalten hier unten und dann klicke ich hier bei Simple Backpack auf Dateien und klicke dann wieder hier Verunterladen. Einfach wieder ein paar Sekunden warten und dann auf Behalten drücken hier unten. Falls alle drei Dateien heruntergeladen sind, klickst du bei einer der Dateien auf diesen kleinen Pfeil und dann auf Inordner anzeigen. Den Browser kannst du nun wieder schließen und dann hast du hier alle drei Dateien eben im Download-Ordner. Dann klickst du einen Doppelklick auf den Fabric-Installer, wählst dann hier Show Snapshots an, wählst diesen Snapshot aus und klickst dann auf Install. Klickst dann auf OK und dann kannst du den Fabric-Installer entweder behalten oder wählöschen. Mit dem Fabric-Installer kannst du auch Fabric für alle anderen Versionen installieren. Danach behältst du die erstmal so und drückst die Windows-Taste und R zusammen. Die Windows-Taste und den Buchstaben R gibt es dann dort ein Prozent-Update der Prozent. Dann kommst du hin zu einem Ordner und hier gibt es den .minecraft-Ordner und hier gibt es vielleicht einen Mods-Ordner. Sollte es diesen Mods-Ordner hier in diesen ganz, ganz vielen Ordnern jetzt geben, dann kannst du das einfach löschen. Ich werde den herstellen und zwar einfach ein Rest-Tick Neu-Mods. Der wird auch ganz normal von Fabric erstellt, falls du Fabric startest eben mit Minecraft. Also dann gibt es hier den Mods-Ordner. Dieser ist bei mir leer und der soll auch leer sein und in den ziehst du einfach diesen beiden Mods rein. Und zwar sind die beiden Mods hier für 1.18 Ordner, dürfen sich auch keine anderen Mods befinden, außer für die Version 1.18 und eben für Fabric. Danach startest du den Minecraft-Ordner noch einmal, siehst du unten links Fabric-Loader und klickst dann auf Spielen und dann wieder auf Spielen. Dann wird der Fabric-Loader oder eben Minecraft mit Fabric für die Version 1.18 starten. Als Kreativ-Inventar gehst und dann auf Page 2, dann siehst du hier die unterschiedlichen Rücksäcke und kannst sie dann auch eben benutzen in dem Spiel. Dann kannst du also einen Minecraft-Mod für die Minecraft-Version 1.18 installieren. Ciao.